So, bevor das Video richtig losgeht, wollte ich nochmal ein paar Sachen loswerden. Ich habe persönlich absolut nichts gegen Kilian und mag seine Videos auch mega gerne. Die Videos sind qualitativ hochwertig, vor allem hochwertiger als meine und auch sehr informativ. Trotzdem sind mir in letzter Zeit ein paar Dinge aufgefallen, die mich stören. Natürlich kann jeder seine Videos so machen, wie er will und Reviews sind auch immer ein Stück subjektiv. Ich weise allerdings auch an der Stelle nochmal darauf hin, dass es jetzt hier kein krasses Zerstörungsvideo oder so werden soll, sondern ich will lediglich meine Meinung äußern und werde ein paar Sachen belegen. Allerdings habe ich dafür jetzt nicht jedes einzelne Video von ihm im Detail angeguckt. An der Stelle auch nochmal Shoutout zu Classic, das ist so ein Kumpel von mir. Link zu seinem Twitter findet ihr unten in der Beschreibung. Der hat sich da nochmal ein bisschen mehr Mühe gemacht und hat da, glaube ich, sechs Seiten oder so verfasst, wo er auch vieles belegt hat und so weiter. Wenn ihr dazu mehr Informationen haben wollt, schaut auch gerne mal vorbei. So, und jetzt geht es auch los mit dem richtigen Video. Wie ihr im Videotitel wahrscheinlich schon erkennen könnt, will ich heute mal ein bisschen Kritik zu einer Review aka Kilian äußern. Ich werde ihn jetzt im weiteren Verlauf auch Kilian nennen, weil es einfacher ist. Konkret geht es dabei um die beiden Videos zu den neuen iPhones. Angefangen hat alles mit folgendem Tweet von mir. Ich weiß, dass ich das jetzt nicht besonders freundlich ausgedrückt habe und es ist jetzt auch nicht wirklich konstruktiv. Ich hatte eigentlich geplant, danach noch genau zu schreiben, was mich stört, habe mich aber umentschieden. Seht ihr gleich warum. Ich habe da meine Meinung so gesehen ja schon gesagt und hätte eigentlich gar keinen Grund, ein Video dazu zu machen. Vor allem, weil es ja auch sonst gar nicht so zu meinem Content, sag ich mal, passt. Allerdings habe ich mich bei diesem Tweet hier von Kilian umentschieden. Ich gehe mal stark davon aus, dass der Tweet unter anderem mir gewidmet ist. Und was soll ich sagen? Ich werde denen irgendwie ein bisschen frech. Er wirft mir bzw. seinen Zuschauern vor, oberflächlich und voreingenommen die Videos zu gucken. Kann vielleicht auf die anderen zutreffen, ist aber meiner Meinung nach bei mir jedenfalls nicht so. Ich gucke Kilian schon seit mehreren Jahren und gucke ihn auch echt gerne. Allerdings ist mir in letzter Zeit aufgefallen, dass er bei Android-Geräten Dinge kritisiert, die man genauso gut, wenn nicht sogar noch stärker, bei Apple kritisieren könnte. Tut er allerdings oft nicht und beschönigt das öfter. Ich will euch das Ganze mal an einem Beispiel erklären. In dem Video vom 05.08.2020 sagt Kilian folgend. Das trifft es noch viel schlimmer. Es kostet 1000 Euro. Hat wie gesagt nur ein Full HD Plus 60 Hertz Display. Er kritisiert also, dass es 920 bei einem Preis von 1000 Euro nur ein Full HD Plus und ein 60 Hertz Display hat. Komisch. Kein Apple Smartphone hatte je mehr als 60 Hertz. Und ich kann mich jetzt nicht so daran erinnern, dass er das jemals so krass kritisiert hat, wie er das jetzt beim Note 20 gemacht hat. Wie gesagt, hier weise ich nochmal drauf hin. Ich habe jetzt nicht alle Videos durchgeguckt. Natürlich kritisiert er auch Dinge bei Apple Smartphones, wie er es bei anderen Smartphones auch macht. Allerdings finde ich, ja, es ist eben nicht so richtig. Also ich finde, es ist eher öfter eine Beschönigung. Als Positivbeispiel für eine Review möchte ich hier Felix Bahn nennen. Der sagt in seinem Video nämlich folgendes. Reduziert die Kosten, aber beim Pro Modell, come on. Ein über 1000 Euro teures Smartphone ohne 120 Hertz ist 2020, geschweige denn 2021, einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich meine, ich kann ein 200 Euro Xiaomi Handy daneben halten und das sieht zumindest im OS streckenweise flüssiger aus. Felix ist also scheinbar von dem neuen iPhone auch sehr begeistert, was ja auch überhaupt kein Problem ist. Die iPhones sind ja, oder das neue iPhone ist ja auch per se kein schlechtes Handy. Allerdings, naja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bei Minute 555 in dem Note 20 Video sagt er, dass das Note 20 zwar mit 45 Watt laden kann, aber nur ein 25 Watt Netzteil beigelegt ist. Und man kann ihm auch nicht erzählen, dass das aus Kostengründen so ist. Das hat sogar 65 Watt laden. Das Note kann mit 45 Watt laden, aber in der Packung ist nur ein 25 Watt Netzteil. Man kann mir nicht erzählen, dass das aus Kostengründen so ist. Aber was für ein Netzteil ist eigentlich bei den neuen iPhones beigelegt? Ach ja, gar keins. Und der Grund dafür? Umweltschutz. Na klar. Man muss das einfach ganz klar kritisieren. Und er tut das irgendwie nur ein bisschen bedingt. Und ich finde eher, dass er das beschönigt. Zwar haben fast alle ein Netzteil zu Hause. Und man kann natürlich auch ein älteres Kabel nehmen, wenn man schon ein iPhone-Kabel hat. Kann man sein iPhone auch damit aufladen, weil Lightning ist ja gleich geblieben. Aber vielleicht haben einige vorher noch kein iPhone gehabt und kaufen sich das jetzt neu oder wie auch immer. Trotzdem finde ich das ein bisschen shady, wie Apple das hier rechtfertigt. Das heißt also, ich muss mir entweder ein Netzteil von Apple dazukaufen für 25 Euro. Oder ich kaufe mir halt eins bei Amazon, wo das dann separat verschickt wird. Und CO2 eben durch Transport oder Verpackung und so weiter anfällt. Aber Kilian sieht das scheinbar genau wie Apple. Da lobe ich mir lieber folgende Aussage von Felix Barr. In der unglaublich dünnen Verpackung. Also Apple hat das ja auch auf der Keynote so ein bisschen als Feature verkauft. Wir wissen es alle, es ist kein Netzstecker mehr drin. Zwar kritisiert er das auch nicht so richtig, sondern auch nur ein bisschen halbherzig. Aber ich finde, er spricht es an. Und was ich auf jeden Fall gut finde, ist, dass Apple eine dünne Box als Feature in Anführungszeichen verkaufen will. Was natürlich Quatsch ist. Da geht er drauf ein. Natürlich hat man das auch noch weiterführen und machen können. Aber ich fand den Ansatz auf jeden Fall nicht schlecht. So, das waren jetzt erstmal ein paar Beispiele. Kommen wir jetzt zu dem eigentlichen Video, worum es eigentlich geht, wo mich schon direkt der Titel triggert. Fortschritt zu einem Preis iPhone 12 Review. Ah, Fortschritt. Meinst du also ein OLED-Display, was günstige Android-Handys seit Jahren haben? Und am besten fand ich folgende Aussage. Aufgeladen wird mit 20 Watt über Lightning. Das ist ziemlich normal. Oder Wireless. Oder... In der Rückseite des iPhone 12 ist ein Magnetring. Genannt MagSafe. Das ist eigentlich genau wie... Jedes andere Wireless-Charging auch, oder? ...bei der Apple Watch nur einen Schritt weiter gedacht. Kilian, du verkaufst uns hier wieder ein Feature, wo ich mir wieder denke... Ja, das ist wieder dieses Nachgerede von dem, was Apple sagt. Er preist es als krasse Innovation, als krasses neues Feature an. Wobei MagSafe eigentlich auch nur ganz normal Wireless-Charging nach dem Skistandard. Apple hat zwar in das iPhone ein Magnetring eingebaut, wo dann der Wireless-Charger dran hängt. Obwohl ich da natürlich auch zu sagen muss, wo es dann... Also warum macht man dann Wireless-Charging? Ich persönlich habe auch ein Wireless-Charging-Pad hier am PC liegen. Ich finde gerade das Praktische ist, dass es eben nicht dran hängt oder kein Kabel dran ist. Sondern ich kann es einfach runternehmen. So, aber das lasse ich mal dahingestellt. Abgesehen davon halten Smartwatches meistens auch mit Magneten in den Ladeschalen. Oder bei Bluetooth-Kopfhörern ist das oft so. Also da ist nicht wirklich der Fortschritt oder eine Innovation zu erkennen. Anders als der liebe Kili uns das hier verkaufen möchte. Mehr Beispiele will ich hier nicht bringen. Wie gesagt, das soll jetzt nur ein kurzes Video werden. Ich kann nochmal wiederholen. Ich möchte ihn hier nicht mit fertig machen oder so. Das ist nur eine Kritik. Ich gucke ihn weiter. Ich finde seine Videos auch sonst ganz gut. Vor allen Dingen das neue Video über das Mate 40 Pro. Was ich zum Beispiel sehr gut fand. Und ja, schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Classic vorbei. Bleibt bitte sachlich, wenn ihr dazu was in den Kommentaren schreibt. Klar, meine Kritik am Anfang war auch nicht, sagen wir mal, nett formuliert. Aber ja, naja. Lasst mir ein Like da. Abonniert den Kanal. Schaut bei mir auf Twitch vorbei. Und haut rein.